Speere vorwärts. Auf sieh los! Kein Problem, Sir. In Reih und Glied stehen. Macht sie fertig, Männer! Hurra! Verstärkungen sind in der Burg angekommen, Seil. Landstrecken bereit. Reihen schließen. Natürlich, Sir. Kein Problem, Sir. Wir werden angegriffen. Ja, Sir. Auf sieh los! Speere bereit. Speere vorwärts. Kein Problem, Sir. Eure Befehle, Sir. Befehle. Support, Sir. In Bewegung, Sir. Sehe, das Tal ist frei von Löwen. Heute Nacht werde ich ruhiger schlafen. Kein Problem. Ende brokers. Unsere Getreidevorräte wachsen an, Zaya. Ja, Sir. Milord, womöglich gewinnen wir mehr neue Arbeiter für unsere Burg, wenn bekannt wird, dass wir Bier ausschenken. Errichten Sie einige Hopfenfarmen, Brauereien und eine Schenke, um für einen beständigen Vorrat zu sorgen. Farmen müssen auf Grünland platziert werden, Sir. Unsere Getreidevorräte wachsen an, Zaya. Untertitelung des ZDF, 2020 Gespeichertes Spielüberschreiben? Achtung! Herr, beschütze uns! Bereit und warm! Seid ihr sicher, Sir? Wir sehen keinen Weg! Ziehen aus! Macht sie fertig, Männer! Auf sie los! Sir, in Reih und Glied stehen! Wir werden angegriffen! Bereit, Sir! Haltet eure Speere gerade, Männer! Die Heiden wurden besiegt, Sir. Ich werde eure überlegene Feldherrenkuss bei nächster Gelegenheit König Richard vermelden. Kein Problem, Sir! Macht sie fertig, Männer! Kein Problem, Sir! Bereit und warm! Macht sie fertig, Männer! Ja, Sir! Auf sie los! Bäre bereit! Macht sie fertig, Männer! Oh, Gott! Auf sie los! Sobald wir einen oder zwei Steinbrüche platziert haben, sollten wir weitere Ochsenjoche platzieren, um den abgebauten Stein in unser Vorratslager zu schaffen. Siehe, wir haben ein geheimes Waffenversteck gefunden. Mein Lord, Reihen schließen! Kein Problem, Sir! Auf sie los! Auf sie los! Auf sie los! Lass, Knechte, vorwärts! Achtung! Ziehen aus! Die Musik Neue Befehle? Sofort, Sir. Natürlich, Sir. Mein Lord. Landsknechte, vorwärts. Reihen schließen. In Bewegung, Sir. Die Heiden greifen an, mein Lord. Was sollen wir tun? Sir, ja, Sir. Ja, Sir. Landsknechte, vorwärts. Herr, beschütze uns. Reit und warten. Reit, Sir. Sir, ja, Sir. Landsknechte, vorwärts. Er, oh, 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 oh. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Den Großteil der Steine haben wir bereits, mein Herr. Die Steine haben wir bereits, um dieses Gebäude zu betreiben, um dieses Gebäude zu betreiben, um dieses Gebäude zu betreiben. Die Steine haben wir bereits, um dieses Gebäude zu betreiben. Seek! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 König Richard ist im Heiligen Land eingetroffen und sehnt ungeduldig den Sieg herbei. Er befiehlt die Armee in eine nahegelegene Stadt und beauftragt euch, sie schnell unter sein Banner zu bringen. Wie aufregend, Zier! Es ist das erste Mal, dass König Richard euch seine Vorhut anvertraut. Sie ist keine allzu große Streitmacht, aber wenn ihr so geschickt seid, wie ich vermute, wird es reichen, um diese Mauern zu überwinden. Bereit! Bereit! My Lord! Erwarte Befehle! Wie können wir dienen? Unsere Schwerte sind die Euren! Also gut! Neue Befehle, Sire? Baumeisterabteilung, zieht los! Sir, ja, Sir! Auf euren Befehl! Landknechte, vorwärts! Werdet ihr uns brauchen? Genau! Gebt uns etwas zu tun! In Vorbereitung! Unsere Schwerte sind die Euren! Männer, an die Waffen! Freu! Komm! Sir, dieser schwüle Wetter entzündet sogar den Himmel selbst! Ah, die Schlacht steht bevor, Sir. Vergeht mir, wenn ich dabei ein flaues Gefühl in der Magengegend verspüre. Attacke! Wir werden angegriffen! Baumeister, Stiz! Auf euren Befehl! Erwarte Befehle! Bereit! Euer Gnaden! Auf euren Befehl! Scheuer, Befehle ich uns! Baumeister, zu dienst! Bereit! Wir kämpfen zackt! Wie können wir gehen? Werdet ihr uns brauchen? Wir kämpfen zackt! Bereit! Schlag sie nieder! Wir kämpfen zackt! Die Stadt ist so gut wie eingenommen! Ihre Einwohner bitten darum, dass sie eure Männer unter Kontrolle halten! Wir kämpfen zackt! Geh! Bereit! Was ist das? Wir werden uns brauchen? Attacke! Neue Befehle, Sire! Braucht ihr etwas? Wie lautet der Plan? In Vorbereitung! Männer an die Waffen! Baumeister zu Dienst. In Vorbereitung! Wir sind siegreich, Seil! Angeblich geben Dichter die besten Mörder ab. Aber kann man dem Glauben schenken? Vom Erfolg angetrieben rückt Richard Spornstreichs auf Antiochia zu. Saladin jedoch lauert den begierigen Kreuzrittern unterwegs in einem Hinterhalt in den Bergen auf. Richard ist mit seiner Wache vorausgeritten und somit fällt es euch zu, dem Sturm zu trotzen. Wie strategisch von König Richard uns diesen Hinterhalt zu überlassen, während er mit seinen Rittern vorauseilt. Haltet euch lieber bereits hier, zumindest gibt es hier Stein und Eisen. Punkt. Upper sau witch observ Means mit odpowied äh mit äh Vielen Dank.